Wir sind auf dem Weg zur Teppichmacherin, Teppichflickerin und ich bin gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ihr bestimmt auch, liebe Würfelfreunde, und es geht los. Schauen wir mal. Hallo, weise Oma. Bist du da? Achso, ja, wir haben ja noch das Zelt vor uns. Aber, 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 ich mache jetzt mal unsere Zielkünste, die ich unter Beweis stelle, nämlich keine. Wie nur zwei Töpfchen, was ist denn da los? Ich bin enttäuscht. Nur zwei Töpfe? Drei Töpfe. Das Adelauge hat was gesehen. Das Adelauge trifft aber nicht. Adelauge möchte diesen Topf haben. Adelauge gleich sehr traurig. Oh, da ist noch einer. So. Oh, das sind ja noch viel mehr. Die sind jetzt aber alle erst aufgetaucht, oder? Die waren, oh Gott, die sind wohl, die waren vorher nicht da. Nein, 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 nicht das, nein. Würde heißen, ich habe die alle übersehen. Nein. Niemals. Da lungert doch noch einer, so unschuldig zwischen den anderen. Und dachte, wir sehen ihn nicht. Hahaha. So. Jetzt können wir schon wieder eine teure Karte kaufen. Ömerlein, wir haben was. Was du wolltest. Lasset uns scharnacken. Äh, Oma? Ich hab alle drei Fäden. Let me see, young one. Ah, the purple thread from your enemy. You have a dice, and you have to decide what you'll do with that power. And you saved someone who'd done you harm, didn't you? Oh, it seems to me, at least in that moment, you thought everyone might deserve a second chance. Hm? And this blue thread from the two friends. Not a happy story there, with a friendship and a dice both dead. But there's some joy in it, too, isn't there? The old dice wielder made peace with his past, and in doing so, found a new motivation for the present. And this red thread from the woman in love. One can never fully depend on someone for one's own happiness. Isn't that true? We can't lose ourselves in someone else. We have to be our own people, no matter how much we idolize someone. Well, enough of that. Let's see what happens when these threads combine. Oh, 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 oh. Ah, look at that. How beautiful it is when the weave comes together. Oh. You're a long way from one town, young one. You are lost, but you haven't realized yet, that your story goes on, whether you care or not. Look, I'm glad you like your rug. But I'm really just looking for someone named Uma. If you are so certain, that is what you want, look here. The even is now not the highest. But it's just a rug. I don't see anything. Sometimes to see things as they truly are. We must look within. Okay, wo sind wir denn nun reingeschlittert? Es ist auf jeden Fall kein Weg mehr zurück. Erkunde die Katakombe. Was werden wir tun? Ah, da können wir was anklicken. Long ago, in the land of random, there was a wonderful witch and a terrible queen. Everyone had a dice with which they could control their destinies. The witch, with her magical dots, gave every dice tremendous power. It was chaotic, but fair, horrible, but beautiful. It was life. Ich glaube, Ewan hat noch nicht so ganz kapiert, dass die Teppichweberin doch Oma sein könnte, ha? Aber hey, gut, sie ist noch jung. But sometimes, there were disasters. One day, a new queen came to power, and she decreed her dice should be the only one. The queen hunted down all the dice in random, tearing them from their wielders. It was a war, and she won. But still, she was not satisfied. Es ist eben wie immer. Macht zeigt den wahren Charakter. Okay, was ist dann passiert? She turned against the witch. So desperate was this queen to find in control, the secret valley, from which all dice came. The queen destroyed Thorberg, searching for her. But the wonderful witch was clever, and she escaped to her dice's valley, shrouding her way behind her. Da waren wir doch schon. Jetzt sag nicht, dass das... Nein. Dice ist jetzt... Nein. Dice ist nicht Oma. So was machen wir nicht. To this day, the witch stays hidden, and the queen searches for any sign of her. For they both know, she will one day return, and help the dice wielders do the same. Kleiner, unschuldiger Würfel. Du wirst doch nicht... Noch nicht so überzeugt von. I am Uma. I am Uma. Und ich hab Angst. Das ist... Uma? Äh, oh, ähm, hallo, ich, ich, ich bin... Ich sag am besten gar nichts. You are too afraid to speak, even? Yep. Ich bin sicher, dass du viele Fragen hast. Ja. Die wichtigste Frage ist, du hast keinen Hunger, oder? Hm, woher kennst du denn meinen Namen? Ihr Kind ist so small, und Ihr Leben so short, es fühlt sich manchmal zu lernen. In den vorherigen Zeiten, ich produkte die Pips für die Dice von alten. Und... Das ist ein sehr freundlicher Ton, den du anschlägst. Also, wir müssen mal auf die Lippen von Uma mal achten. Ich glaube, die hat da was machen lassen. Die sind schon sehr blauchbootartig. Man weiß ja nicht. Ich meine, die kann ja auch sehr eitel sein. Du bist also schuld, dass 4stadt zerstört wurde. Hast du dafür gesorgt, dass Dice und ich uns begegnen? Das ist eine sehr interessante Frage. War ich? Du bist wertvoll, dass einige meiner Kinder zu behalten. Das ist du, Dice. Wenn wir nur so ein Spielball zwischen euch beiden haben. Sie hat, dass es noch andere Dice gibt. Und ich liebe es. Sind wir jetzt irgendwie nur so ein Spielball zwischen euch beiden? Meine Schwester, sie ist verloren und böse geworden. Ja, meine Schwester will ich wieder. Ich mach die ganze Kacke ja nur, damit ich meine Schwester wieder zurückhole. Ich will, dass der dicke Fisch kriegt, was er verdient. What? Ich will, dass alle wieder so... Will alles wieder so das wird wie früher? Bevor die Königin nach Einsfeld kam? Nein. Wir möchten, dass die Königin komplett verschwindet. Ich will meine Schwester zurück. Du und sie sind wie zwei Dots auf ein Dice. Aber es ist noch nicht zu sehen, wenn du ein Gesicht hast. Ich verstehe es ja, was sie meint. Aber ich spiele jetzt mal Yves. Ich verstehe das nicht. Du bist hier verloren. Du hast ihn random verloren. Aber ein Fakt bleibt. Manchmal musst du deinen Weg verlieren. Um deinen Weg zu finden. Ich gebe dir die Dots, die du und Dice brauchen. Die hat hundertprozentig was machen lassen. Definitiv. Deine Augen sind öffnet. Oh! Danke, Uma. Ja, hätte die uns nicht gleich zwei Punkte geben können? Oder drei? Oh, Schnellziehung. Ach so. Die haben wir schon. Ach, das ist schade. Ich habe gehofft, dass wir da irgendwie mal besondere Karten noch kriegen. Aber scheinbar nicht. Ja, da gehen wir eben zu Siedma zurück. Oh. Was hat sie denn jetzt eigentlich für einen Teppich für uns gewogen? Mal so ganz blöd. Das ist der ja nicht. Die sind ja immer noch leer. Königin. Unsere Teppiche sind immer noch leer. Die hat uns betrogen. Wir haben die ganzen Fäden umsonst geholt hier. Geht uns doch einfach so zu Uma schicken können. Sag doch, die sind alle nicht ganz dicht hier. Oh, wir haben Besuch. Hallihallöchen. Was macht ihr denn hier? Komm mal, wie oft schießt denn du? Ich brauche Karten. Oh, jetzt hauen noch mehr auf. Ja klar. Wieso denn nicht? Alle Mann. Wir können nicht genug Gegner kriegen. So, jetzt wirf dich aber erstmal. Ach, Dicey, du machst mich fertig. Na, wenigstens etwas. So, jetzt legen wir denen erstmal ein schönes Häufchen dahin. Das ist sehr gut. Das nehmen wir auch gleich. Zack. Zack. Die claimen wir. Und jetzt, meine Freunde. Viel Spaß damit. Ja, wie viel wollen denn da noch? Aua. Habe ich dir nicht gerade den Arsch versohlt? Sehr schöner Wurf, Dicey. Ich bin stolz auf dich. Ähm. Ja, 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 ja. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ich würde ja glatt das nochmal nehmen wollen. Glatt das nochmal nehmen wollen. Das, äh, claymen, das, claymen. Und dann, ähm, jagen wir uns fröhlich da durch. Du bist alleine, mein Freund. Aua. War auch nicht mit. Na klar, wie viel kommt denn noch? Ne 3. Und nochmal Heilung. Die kann ich jetzt gerade nicht... Okay, was holen wir denn jetzt? Ähm. Ich hätte ja Bock. Ich glaube, der macht Flächenschaden, ne? Wir nehmen mal den. Das claymen wir, das end-claymen wir und nehmen das dafür. Dann lass dir ruhig Zeit, da ist sie. Überhaupt kein Thema. Ja, wie viel denn noch? Wie viel wollen denn dann noch alle mitspielen? Okay. Äh, wir nehmen mal... Das. Wir nehmen das. Setzen das mal irgendwie da hin. Dann haben wir das nächste Mal auf jeden Fall ne 4. Und claimen das. Und wer kriegt jetzt noch richtig schön einen auf den Deckel? Obwohl, andererseits, wir könnten auch ne Pfeil reinhauen. Du musstest dich jetzt da unbedingt hinstellen, ne? Hallo. Ich will werfen. Mann, oh Mann. Kommt noch mal auf mit dem Quatsch. Okay. Also gut. Wir... Ne, ne, ne. Ja, wir trinken uns das mal voll. Machen das. Jo, und claimen. Wem können wir denn jetzt noch mal so richtig schön eine reinwämsen? Nicht hier? Du bist mein bevorzugtes Opfer. Wie viel gibt's denn von euch da noch? So, das Finale wird eingeläutet. Jetzt bomben wir sie weg. Das haben wir noch geclaimed. Das haben wir geclaimed. Das haben wir geclaimed. Das haben wir geclaimed. Ja, das passt doch. Dann kriege ich jetzt einen Schuss ab. Und dann ist das Thema durch. So, Feierabend. Ne, natürlich nicht. Da kommt noch mehr. Natürlich kommt da noch mehr. Noch einer. Voller Schuss. Na, also. Lasset mich hindurch, ich bin euer Held. Ich fürchte ja, ähm, tja, die Nanny, ihr Bruder, ihr Brüderchen, der wird sich uns auch noch in den Weg stellen. Pass mal auf, bevor wir jetzt hier die Knopfaugen machen, holen wir uns noch ein paar Karten. Ei, da freut sich wieder einer, ne? Ja, 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 ja. Was nehmen wir denn? Was kostet nochmal? Ach, nehmen wir nochmal Bogen, komm. Es bringt halt gar nichts mehr, dass wir das da hochleveln. Ach, schade. Das ist doch ein bisschen, äh, arg eingeschränkt. 230. Hm. Wir kriegen keine zwei mehr hin. Na gut, dann nehmen wir, äh, keine Ahnung wie. Das war's. Sieht mir, altes Haus. Ich hätt' da was, ähm, ich hätt' da paar Augen, die würden gern, ähm, geöffnet werden. Oh, du bist hier! Du bist sicher! Ha, 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 ich bin so verliebt. Du klingst sehr überrascht. A little, but it's a good surprise. Eh, it's just... It's usually a 50-50 chance Uma eats a visitor. She must have seen something in you she liked more than just the marrow in your bones. And you've got the pips! With this, I can give Dicey a mighty five! All you need to enter that final arena to battle the foreman and his high rolls! Are you ready? Before you answer, know that things might get, uh, Dicey? As soon as you have a five, there'll be no going back. So, you tell me, kid, do we do this, or no? Sure, let me know, when you're ready. Ähm... Ich würde gern was schauen wollen nochmal. Uns fehlen noch zwei Karten. Ich weiß aber nicht, wo wir die herkriegen. Ich würde nochmal ganz kurz eine Sightseeing-Tour machen, um die Krüge einzusammeln, um den Händler nochmal so weit wie es geht leer zu kaufen. Und da wir uns sehr nah, sehr nah an einem Bösen, nee, nicht Bösen, aber da wir uns sehr nah an einem Folgenende, äh, sind, würde ich Folgen so zwei, äh, so halbe Stunde, äh, lang machen. Und ich befürchte, der Kampf wird etwas länger dauern, würde ich vorschlagen, wir sammeln nochmal, damit wir hier so viel Karten wie möglich noch, äh, kaufen können. Und dann gehen wir in der nächsten Folge in den Kampf und hauen, ähm, tja, der Schwester, nee, Quatsch, dem Bruder, der Nanny, ähm, mal richtig eine rein. Wir hauen ihn quasi auf die Fünf. Ja, sonst wurden wir doch hier zugemüllt mit, 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 äh, hohen Dingern. Aha, da ist noch einer. So, haben wir denn hier noch? Ach, hier zwei. Sag mich nur, wo wir die anderen Karten herkriegen, aber ich hab doch alles gemacht. Also ich, ähm, denke, ich hab auch nichts übersehen. Ach, schaut mal, das geht ja relativ fix. Ich hab mich im Moment das hin, was dieses komische, äh, die Gans, die da, die permanent, äh, rum, äh, äh, wie hat, wollte ich grad sagen, ähm, rum, äh, quark. Wer das wohl ist? 305 schon. Und das ist echt so ein Vorteil. Wir haben hier jede Menge von diesen Dingern. so, da hinten müssten noch einiges sein. Hier müssten noch ein Bars sein. Ne, 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 nix, nix Zeit ich hab. Hä? Was sagen hier? Da drin müsste noch einer sein. Wie auch immer ich den nochmal abschließen werde. Können Sie mal aufhören, mich ja hier zuzulabern. Ich hab hier grad, äh, ein Ding zu erledigen. Aha. Ich denke, das sollte es dann mal gewesen sein. Haben wir noch irgendwo was? Natürlich. Da haben wir jetzt, äh, ich schau mal, ob ich noch auf die 400 hochkomme. Und dann kaufen wir uns da nochmal ein hier. Noch einer wäre nicht schlecht. Ja, da oben ist bestimmt noch einer, oder? Ja, klaro. Aber noch was. Ja, dann gehen wir jetzt zum Händler. Kaufen nochmal ein. Und dann geht's in der nächsten Folge ins, äh, äh, Finale. Also zumindest von vier Stadt. Und dann müssen wir noch durch fünf Stadt, wenn wir Bech haben. Steht hier noch was rum? Nee. Na gut. Tach. Ich hätte gern eingekauft. Ich hätte gern... Mach der nochmal. Ich würde einen dämonischen Ego-Seder. Oder er-Seder. Der jedem Wesen seiner Nähe Schaden zuflügt und von allem abprallt, was er trifft. Ja, komm. Jetzt haben wir nochmal 235. Dann bald alle Karten. Es bringt halt echt gar nichts mehr. Na gut. Und dann, äh, soll es das jetzt, äh, warum hast du eigentlich noch ein Freizei? Ja, na gut, ne? Also gut, ähm, dann soll's das gewesen sein. Nächste Folge. Wir stellen uns schon mal zu Sidmar. Wird's mein fünftes oder unser fünftes Auge geben. Und dann geht's in die Arena und, äh, dann gibt's aber hier Rambazamba vom Feinsten. Das sag ich euch. Bis dann. Ich wünsch euch was. Tschüss. Tschüss. Tschüss.